Wir finden heraus, wie meine Fußballkarriere ausgesehen hätte, wäre ich wirklich mit Jan Sommer verwandt. Anfangen würde ich in Mailand. Meine Frau kommt jetzt gerade heim, es interessiert mich nicht, weil ManCity anfragt und den ersten Vertrag unterschreibe ich bei ManCity mit 18. Ich bleibe dort, weil ich mich mit 21 als Nummer 1 etabliert habe. Klar ist, dass die Schweizer den Cousin von Jan Sommer haben wollen, aber nix da. Mit 25 immer noch bei ManCity. Dann kommt der Österreicher. Fragen an? Hey, hast du nicht Bock eine Familie zu planen? Bisschen ruhiger? Nee, nicht mit mir. Ich bleibe in ManCity. Ich habe eine große Karriere vor mir. Malmö, die haben Zlatan schon lange nicht mehr, deswegen bin ich da auch nicht drin. Die letzte Station, ich bleibe bei ManCity und als Trainer bleibe ich denen auch treu. Also, eine Legende in City, in Manchester.